ja hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft hallo mit dem luca dem jan dem nico dem marcel und mir dem hallo hey mein name ist chef und ich habe immer noch nicht genug lapis lazuli lapis timo geh in die hölle und farm da lapis ich bekomme schon aus einem lapis 24 stück wenn das meseratisch ja ich habe kein meserator dann komm schon zu uns du hast ne cheaterkisse hat quarry aber kein meserator ja dann kannst du zu mir kommen ja du willst noch ein bisschen lauter schreiben ja beschwer dich bei nils warum ja wegen dem klopp ich gerade auf die tasten ach okay dass du bist leicht aggressiv nein ach komm ich opfer jetzt hier meine rohstoffe ich meine ich kriege ja eh genug warum bist du denn wegen nils aggressiv wollen wir darüber reden jan ja schluss gemacht nein ich wollte ja hat das nie vor allem muss ich mal ans licht bringen hier scheiße manchmal ich sage nichts ohne mein anwalt so jetzt ist sie jetzt steht die scheidung wenn sie schon anwalt mit rein bringen jetzt wirklich feierabend drei stecks und sogar es wird glaube ich nichts mehr trauzeuge jetzt ist der disco und ane was mit junge wie viel uranium ist hier alter ich werde euch so hoch sprengen ne glaubt ihr garne haben wir eigentlich schon angefangen mit einer neuen folge team als einleitung ich habe jetzt elf uranium hier im inventar und habe nochmals über 20 stück im haus ja dann macht doch atom nee lieber nicht ja ich baue den generator dann bei euch in der nähe auch sooo davon brauche ich für dich ja sei es ist mir sicherer ach du scheiße dann ist sicherer ich muss mich immer aber alter es geht voll der crowe läuft eigentlich bin ich auf der ebene mit dem ebene wo es auch holz holz also keine verstopft wie er einfach dieses ganz holz betont ne ja also die leute ich aber die energieform ganz holz ist echt perfekt das läuft einfach läuft läuft ich muss schon sagen ja es läuft ach scheiße bin ich behindert ja ja dumm auch aber weißt du was ich gemacht habe ich habe eisen gefarmt und habe es nicht meserated ach komm scheiße Zeit ah verdammt ich habe immer noch kein bisschen redstone gefunden ja und ich habe meinen ganzen cobblestone verdödelt in der kiste verdödelt 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 geh kurz vor der tür neues fahren jan hast du auch die cobblestone vorrat bei dir ja relativ hast du die ne crary ja aber ich habe gerade die ganzen steine verbrutzelt so obwohl hier ich bin noch Reste ähm nichts so zack auch diamanten für glasfasserkabel klick 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 und fast ein stick geil alter ich komme meinem traum immer näher was denn ja ich krieg deinen fernseher ich krieg deinen hoch was ist dein traum so ein eigener fernseher ähm flachkopf hab ich so flachkopf ja leute noch sagt er euch ach das ist doch ganz wenig so viel braucht man dafür doch nicht ganz wenig so viel braucht man nicht alles das kostet ja fast gar nichts das kostet ja fast gar nichts ja ja denkt man sich so am anfang aber die harten zahlen das ist wenig so viel braucht man nicht die harten zahlen erst wenig und dann zu viel halt's maul du scheiße also so hoher 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 ich möchte jetzt eine entschuldigung von dir haben dem wow ich nehme stack diamanten als entschuldigung ich was anderes akzeptiere ich nicht hab ich Kupfer schon er geht einmal an seine Cheat Tests dann hat er die hehehe ich zieht das ich brauch doch einen Kupferblock oder? ich brauch doch einen Kupferblock oder? shit ähm so Jungs aber der hat mir den Helm von der Birne gesprengt yo hat hier irgendjemand kommen die spawnen? ahja wo kommen die dort alle her? ich verstehe nicht mehr ich blick durch meine eigene Richtung ja sorry Jan ich musste die irgendwo platzieren 5 6 oh mein Gott können wir kurz schlafen gehen wäre das möglich? ja ne warum nicht ich bin in einer Höhle hä? in einer Hölle? Höhle ne hast du kein ach jetzt doch ich kapier's jetzt kapier's jetzt kapier's wenn ich eins von Luca wenn ich eins von Luca gelernt hab dann ist es nimm immer einen Wassereimer mit und ein Bett echt ein Bett? richtig mein Sohn boah ah kacka ja also entweder ich geh jetzt farm in einer Höhle oder ich farm wieder Holz und geh dann Holz Holz Holz? nein Holzfarm geht schneller ja nein ja und es ist gleich um die Ecke ne? ja ich glaube ich brauche mal ein paar Stonebricks genau so ein gutes Haus Höhle das hat das ist ein Weinerhaus ja hey aber warum willst du denn auf Nicassau losgehen? ich weiß nicht ja ich habe Abwehrsystem er hat dich auf die Idee gebracht ich hab ne Maschine die erkennt Abwehrsysteme und unterstützen Nico hat immer die Maschinen die gegen irgendwelche Abwehrsysteme sind ne? Was ist denn pure Iron von Ray? Der pures Iron, äh, Iron halt, ne? Ja, hab ich jetzt das erstmal gefunden. Ha! Ha! Das sieht ja behindert aus. Äh, komm. Was? Ich glaub, das ist... Witzig, witzig, hulalalala, bald ist Luca wieder da. Bald ist Luca wieder da. Das Item, das ist quasi nicht existiert, das brauch ich. Und das holen wir hier. Äh, ich soll jetzt erstmal Chat-Pack ein bisschen aufladen. Und dann brauch ich meine Landmarks und steh ich mein Query auf. Okay. 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 So. Also wir können nicht schlafen gehen. Nee. Ich brauch das da. Wo ist denn das, was ich brauche? Ja. Oh Mann, jetzt sag nicht, dass die Items... Die ID nicht übereinstellten. Ach komm, könnt ihr euch nicht kurz auslachen? Nein. Das will ich gar nicht. Liegt ihr alle? Ja, Jungs, schauen wir schlafen. Äh, Monster. Ja, was. Ich muss es kurz finden. Ich bin im Bett. In... Wer ist alles im Bett? Ich. Ich. Die anderen locken sich bitte aus. Liege. Tag. Ist wieder Tag. Dankeschön. Dank Jan hat das alles ein bisschen länger gedauert. Ja. Oh Jan, du. Echt zu schwach. Ich bin disconnected, mein Spiel ist abgestürzt. Danke, Fick. Oh, hätte ich vielleicht... Ich bin wieder dafür, wenn du zu unfällig bist, irgendwas zu machen. Ach was. Hä? 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 Bei mir draußen ist ein Enderman. Echt? So ein richtig fieser oder so ein böser? Ich glaube, ein böser ist das nur. Glück. Also wir sagten... Ich darf hinter meinem Horst die Köln-Oerwitt gelaufen. Nein. Wir haben gar nichts gesagt, du Stricher. Pro-Bar. Oh fuck, das sollte ich. Ach. Ein Brecheisen gefunden. So gesehen. Ich habe Redstone. Ja. Ich brauche das halt dann einfach zu. Und Kupfer ist. Brauche ich Kohldas und Glas. Nein! Oh, das und Glas. Ich habe statt auf Maximieren aufs Kreuz gedrückt. Oh, das und Glas. Mach Kopf. Warum bin ich ein Schwachkopf? Oh scheiße, das wird richtig... Oh mein Gott. Das wird ein richtiges Loch sein. Oh mein Gott. Hier, hast du auch das größte Dings gemacht? Ja. Der Riesenloch, ne? Ja. Gut, ich brauche Kupfer. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ja gut, da brauche ich dann meine Fabriken. Ich hatte hier irgendwo geguckt, aber das weiß ich. Ähm, jetzt ist die Frage, soll ich das Wasser wegmachen? Eigentlich schon, ja. Wäre sinnvoll. Ja, Wasser würde ich generell wegmachen. Ja, weil sonst wird das alles... Weil sieht einfach scheiße aus. Andere lassen Wasser da, dann mit Lava zu Obsidianen wird, aber ich würde es weglassen. Okay, so. Ja, und wenn ich da irgendwas reinbauen will, weiß ich dann nicht eh wo. Ja. Jetzt kriegt das. So, dann mach ich da dann Erde hin. Okay, Kupfer ging leichter als ich dachte. Ich dachte, mit Kupfer hätte ich somit das größte Problem. Kupfer, Kupfer, Kupfer. So. 16 Kupfer abhaken. Dotzig, verdammt. So. Ups, wir sind viel. Dann packe ich das Kupfer mal hier rein. Nico, was geht bei dir eigentlich so? Was hast du jetzt schon gebaut oder alles? Oder was, wo bist du grad dran? Also, ich wollte eigentlich Redstone farm für einen weiteren Meserator, damit ich halt mein ganzes Zeug mal schneller verarbeiten kann. Aha. Ich bin jetzt seit gut die ganze Zeit in einer Höhle drin. Seit gut die ganze Zeit? Also, keine Höhle, aber hier sind ja so eine Mine. Okay. Also ist die Mine? Ja. Okay, nice. Die ist halt so verdammt groß, ne? Und ich will nichts auslassen. Und ich habe jetzt schon Platzprobleme. Weiß nicht, warte, ich kann ja mal gucken. Ich glaube, 1, 2... Ähm, farm die Fäden ab, farm die Fäden ab. Da kannst du den Canvas-Back draus machen. Drei. Ich habe drei Stacks Eisen. Äh, jetzt schmiert's wieder die ganze Zeit ab. Ist doch scheiße. Fast zwei Stacks Kupfer. Weil ich mich auslocken sollte. Bin auch fast zwei... Äh, ja, auch fast zwei Stacks. Ja, und dann halt ziemlich viel Edelsteine und 1 Stack Kohleblöcke und 8. Boah. Aber Kohle baue ich jetzt schon nicht mehr ab. Braue ich nicht mehr. Also, sagst du viel Stuff. Ja, ja, also. Ich kann es irgendwie nicht lassen, das alles abzubauen. Okay, Leute. Das war's wieder mit einer weiteren Folge. Wir sehen uns bald nächstes Mal wieder. Ciao, ciao.